Ich fand die Ausbildung bei Thurya Yoga sehr gut. Ich habe viel gelernt über Anatomie, praktisches Yoga und natürlich auch die Philosophie hinter Yoga. Ich habe meine Grenzen kennengelernt, meine physikalischen, aber auch meine mentalen Grenzen und bin gleichzeitig wahnsinnig gewachsen in der Zeit hier und habe mich gefreut, mit so einer tollen, intensiven Gruppe zusammenzuarbeiten. Es war sehr schön. Ich fand die Yoga-Lehrer Ausbildung bei Thurya Yoga sehr gut. Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit, bin auch echt weitergekommen und fühle mich jetzt auch bereit, Yoga-Lehrerin zu sein. Also mir persönlich hat die Ausbildung bei Thurya Yoga sehr gut gefallen. Ich würde es auf jeden Fall auch wieder machen. Vor allem, man hatte ja unterschiedliche Themen, also vor allem, es wurde viel darauf geachtet, dass man die richtige Ausrichtung lernt. Also wir hatten ja auch viel Anatomie und Mechanik, also das fand ich sehr, sehr spannend. Auch Philosophie-Unterricht war toll, wo man vor allem viel mehr über die Kultur und die unterschiedlichen Traditionen etc. lernen konnte. Also es war alles sehr, sehr spannend. Auch jeden Tag aufs Neue hat man Neues gelernt und hat sich dann eigentlich auch immer wieder gefreut, auch wenn man es geschafft hat. Also ich kann es auf jeden Fall weiter empfehlen und ich würde es auch wieder auf jeden Fall wieder machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.